Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem Klimtapetenkleister hat Mona das Papier dehnbar gemacht. Jetzt wird sie es damit auch auf der Kugel fixieren. In der Regel dauert es zwei Jahre, bis eine Handkaschiererin gelernt hat, wie man die Glaskugel falkenfrei mit der Weltkarte bezieht. Deshalb wird hier die Tradition der Manufaktur auch gewarnt. Mit dem letzten Segment ist der Globus aber noch lange nicht fertig. Bei Licht betrachtet fällt auf, Die Zuschneiderin hat immer auf einer Seite jedes Segment einen halben Zentimeter überangelassen. Doch das Papier wäre noch viel zu empfindlich. Ein Yachtlack bringt Haltbarkeit und Glanz. Untertitelung des ZDF, 2020 The official languages English, Recognized regional languages include Irish, Scottish, Gaelic and Welsh. The national currency is the pound sterling. France is the largest Western European country with an area of 674,842 square kilometers and a population of around 65.4 million. The country is often referred to as the Hexagon because of the geometric shape of its territory. Major cities include the capital Paris, as well as Lyon, Marseille, Bordeaux and Nice. At 4,807 meters above sea level, the highest point in West... ...